Schau mal nach! Guck mal hier in dem oberen Bereich alles genau durch, vielleicht finden wir doch der Ratte. Auch nicht. Scheiße. Wir hätten hier gar nicht hoch müssen. Malki, du hast uns unnötig Sorgen gemacht. Scheiße. Können wir auch mal ein paar? Bitte. Hm, die sind noch gut. Vergess das. Na ja, klar. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, weil vor uns sind wir doch hier lang gerannt und da hatten wir zwei vier an. Ja. Das eine war das, wo wir mitgelaufen haben. Da, 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 da. Nur noch sechs Schuss. Schöne Scheiße. Nein! War noch ein ungünstiges Zeitpunkt. Ja! Genau! Was? Boah! Hey, komm! Immer diese Scheiß... Rasserei? Ja! Wegen zu wenig Menschlichkeit. Je weniger Menschlichkeit du hast, versuche ich mal kurz zu übernehmen. Warte mal, Waffen bei F2. Genau. Die Viecher hier oben sind ja kein Thema. Die Viecher hier oben sind ja kein Thema. Ja, ja, ja. Wir haben zweimal Fäuste. Geil. Tja. Was ist tödlicher Vorschlagkammer und... Ach, immer die Vorschlagkammer. Ja. 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 Ja, ja klar. Kann man denn eigentlich das Blut absaugen? Nein. Das habe ich schon mehrmals versucht. Das geht nicht. Au! Na komm. Malki! Gerade noch geschafft! Wow! Nein, ich bin gut! Ich bin zu gut! Danke, danke, danke! Okay, haben wir eigentlich noch Blutbeutel? Nein. Scheiße. Okay, ich glaube wir gehen mal wieder zurück zum Anfang und gucken ob da nicht vielleicht noch irgendeine Ratte überlebt hat. Nein. Sicher? Ja. Scheiße. Vorne ist das große, böse Monster. Und wir haben wenig Energie, das bringt überhaupt nichts. Rass rein. Auch deswegen erzähle ich jetzt gestärkt. Ey, nicht wegrennen, wir wollen dich nur fertig machen. Hallo? So gibt's natürlich auch. Alles klar. Geiles Spiel. Ja Leute, kommt euch mal bei uns auf genauer Blocklines. So ein Scheiß. Okay, ich hab jetzt grad eigentlich auf Raserei gezimpt, aber hey, so geht's natürlich auch. Ja, pass auf, die Raserei kann noch folgen. Weil wir haben keinen Glück mehr. Wir brauchen noch an den. Ach du Scheiße. Nein, nicht jetzt. Ja. 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 Toll. Klasse. Ganz große Klasse. Und das Vieh lässt sich auch noch so breitwillig treffen. Und das Vieh lässt sich auch noch so breitwillig treffen. Was willst du jetzt von mir? Und es wollte ich nicht mal? Wie? Wieso? So ein Ort. Wieso? Ist doch cool. Ja klar, aber... Wieder mal total tiefgründig. Ja. Lass dich halt umbringen, hey. Warte mal, bis das Zielfahren kurz kleiner ist. Und dann kriegst du doch besser. Ich glaub, du verschwendest Munition. Und... ... hat's enttäuscht getroffen. Ja. 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 Uff! Jetzt aber. Puh. Uehh. Das hat sich gefreut zu sterben. Es wollte dich umarmen. Please hug me. Ähm. Wie war die? Rehugs. Ja. Dergelauf. Rehugs. Ne Ratte? Ja. Ja. Ja! Ja! Ratten! Saug! Noch zwei Ratten! Nimm die! Die von vorne, von hinten, von der Seite! Voller Anzeiten! Nimm die Ratte! Stopp! Guck mal, wie unsere Energie aussieht! Ich hab mich noch nie über die Farbe Blau gefreut, ey. Blau ist ein Zustand, aber trotzdem ist es geil. Ich weiß nicht. Müssen wir hier hoch. Kein Haus. Das glaub ich nämlich eher. Ja, dann gehen wir mal da hoch. Erstmal speichern. Genau. Oh, leide. Speichern mal wieder. Dann speichere früh, speichere oft, dann passiert euch nicht so'n Scheiß wie uns. Lalalala. Ja, genau. Ja! Hier war's! Eine Ausverratung mit der Gesch... äh... Mit der Geschwindigkeit Disziplin... Mit der Disziplin Geschwindigkeit... Mit der Disziplin Geschwindigkeit... Okay. Da! Da ist's! Miep! Metzelt die Viecher Niederdeutsch genug Energie! Knack, knack! Knack, knack! Klopf, klopf! Trifft mich nicht, trifft mich nicht! Knack, knack! Ja, feiglich! Knack, knack! Weißt du was jetzt misswert, wenn jetzt hinter uns so'n großes, böses Monster kommen würde? Mach mir doch keine Angst! Ich sag dir nur. Ich meine nur. Jetzt komm! Mach mal den einen Monster nieder! Du hast genügend Energie! Das schaffst du doch noch! Ja, wie war das mit genügend Energie? Ja, genügend Energie, aber nicht genügend Blut! Ich hab' nicht gesagt, dass du das verwenden sollst. Naja, immerhin! Eins ist tot! Ja. Und das zweite Volk zugleich! Oh! Nosferatu ist gestorben. Authentifizierungskarte mitnehmen brauchen die ja. Eine Schweigeminute für Nasi! Okay, das war's! Geh' mehr weiter! Ich weiß nicht, ob hier noch ein Monster ist, links oder rechts. Okay! Ich will jetzt nicht mit Disziplin anwenden, sondern gleich auf das Monster drauf! Uuuh! Niedermesseln! 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 Keine Ratten hier! Kannst du nicht übersehen? Ich bin! Schöne Scheiße! Okay! Okay! So Leute! Wir müssen jetzt wieder den Bergabhang hinunter... Uuuuh! Wie ist das? Bergabhang... Kin... 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 Kanalisationsabhang hinunter. Ähm... Rechte! Genau! Achtung! Monster vielleicht? Vorsichtig! Nein! Hier rechts ist kein Monster! Nein! Hier rechts ist kein Monster! Oh Gott! Wie war das? Da ist kein Monster! Da! Ich hab gesagt... Okay! Guck mal vorsichtig! Jetzt ist kein Monster! Hohohoho! Oh ist das krank! Okay! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Das schneidest du hoffentlich raus! Natürlich! Alter! Das war mies! Ich brauch kurz nen Schluck! Ach! Ich steh hier so da! Nein! Nein! Sind wir selbst gemobbt? Mordgefährdet oder was? Aber ich meine Rasserei-Zustände geht schneller weg! Oh! Renn weg! Renn weg! Muss das jetzt sein mit der Scheiß-Raserei! War das jetzt wirklich nötig? Ja doch! Schau mal unsere Energie an! Du kannst doch jetzt nicht eine Stunde lang rumrennen, bis unsere Energie wieder gut aussieht! Vor allem da wir in einer Sack... Okay! Schusswaffe! Schnell! Schusswaffe! Irgendwas, was richtig Bums macht! Okay, das war nix! Das war auch nix! Bisschen näher ran damit wir versuchen! Und selbstmordgefährdet sein? Nee, danke! Ich hab schon... Du, ich hab's ehrlich gesagt! Ich hab genug für selbstmordgefährdet sein, weil... Du, wo ich letzte... Wann was letzte Woche? Nachtwerk? Alter, wie viele Vögel selbstmordgefährdet... Ja! Ja!